moin hier ist er wieder euer sebo tag nummero zwei im thema mega super duper kranken mega baum bauen und wir haben heute eine mächtige aufgabe und zwar müssen wir an diesem stengel jetzt die kugel bauen obendrauf ja in 60er maßen also 60 breit 60 hoch wo war ich alles ich wünsche viel spaß mit dem highlights mit dem highlights leck mich doch am arsch mit den highlights hast du noch nicht abonniert hast gerne abonnieren lock aktivieren kommentieren und dann ja bis zum ende ja nee dann holen lassen raus macht einfach ich verkack es jetzt mittlerweile immer wieder ihr müsst euch das so vorstellen diese kugel also ihr müsst euch das wie auf dem stück papier vorstellen wenn ihr meint jetzt nehmen wir mal ist geziert irgendwann dann ist immer ganz viel mit kreisen und 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 so genau wird jetzt auch ablaufen wir haben diesen stengel und dann diesen kreis und an diesem kreis wird alles drangebaut also der also er wird mächtig aber das ist ja auch geiler weil wir machen das nicht oben drauf weil er wäre total dumm das sieht dann wiederum scheiße aus sondern wir machen ja hier so gesehen ja den aufzug rein da wird ja alles dekoriert dann geht der aufzug hoch und dann ist da diese 60er kugel da ist dann so gesehen na die eigene welt drin verstehst du also da wird da wird richtig verstehst du wie ich mein stengel und kreis jan wollte mir nicht glauben dass leute direkt wieder an an den an den schwanz denken ich wusste ich wusste ich habe ja gesagt oder jan so nähe wie soll man darauf offenen schwanz kommen ich so ja guck dir das doch mal an also das endergebnis wird wird euch alle aus dem schlappen hauen ich sag's euch wird ist da wird ja jetzt erst wird ja jetzt skizziert und an dieser kugel haben wir so viel möglichkeiten dran zu bauen zu erweitern und 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 verwirrt auch wenn ich selber noch ein bisschen skeptisch bin bezüglich die äste dran bauen weil ich will ich kann mir nicht vorstellen wie jan mir das erklären will wie ich die äste bauen soll also das wird auch noch das wird auch noch ein knackiges weltwunder ich hab schisse anzufangen ehrlich sag ich dir wird es da fehlt was es ist einfacher zu platzieren als auszuhöhlen weil ich dir wird es hat wird richtig beautiful as fuck jan just for the moment könntest du auch schon mal den nächsten step irgendwie also nicht also dass ich den schon was ist der nächste step ich würde es nur wissen schon mal und ich denke mal in einer stunde durch hat mich zu früh gefreut das ist doch schwer soll ich euch sagen warum überlegt mal ich muss ja jetzt in die breite gehen dann heißt überlegt mal kurz ich muss auf diesem blog anfangen warte warte leute ich brauche echt kurzen moment mein gehirn brennt warte pass mal auf was mein gehirn grad sagt also warte mal ab was mein gehirn grad sagt guck mal zu jetzt noch mal sechs sind zwei drei so warte das sagt mein gehirn grad verstehst du mein gehirn sagt muss ich dann so machen nee nee siehste fehlschlag kompletter fehlschlag sechs dann vom zwölf drei ja auch erst noch sechs und noch mal drei und jetzt muss das ja irgendwie verbunden werden wieso brauchst du zwei ebenen auf einmal ich dumm bin vielleicht die ganze ecke gleich schon offline wie ich irgendwas anderes kann doch nicht sein dass man das dreckige scheiße kugel nicht hinbauen kann jetzt ich also ist mir auch egal ich fluch ist einfach so das interessiert mich nicht das ist das ich übelst ab ich hab's vor augen wird aussehen soll aber ich verstehe es nicht das ist halt zum ausfüllen das ist zum ausfüllen nicht zum hohlraum kompliziert ich will doch einfach nur zocken ich ich will doch einfach nur zocken mehr will ich doch gar nicht ich will nur zocken und die baue ich wieder eine atombombe ich wusste dass dieser tag kommt kann man das hier irgendwie umstellen dass ich diese inneren scheiß dinger nicht sehe ich glaube das sind das ist das was mich verwirrt die inneren dinger der mir zeigt ich soll ausfüllen das ist das glaube ich alle einfach erst mal drei nach hinten dann 33 hier passt schon wieder nicht passt nicht hier ist drei dann kommt einer 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 halt schon ist jetzt schon komplett falsch weil hier nicht zwei sind da habe ich schon voll verkackt wieder jetzt wirklich bin mega sauer rad eigentlich simpel ist aber ich hätte halt nicht verstehen dafür ist mein gehirn halt nicht gemacht mein gehirn ist dafür gedacht um um zu lachen wenn jemand penis sagt so weißt du nicht für so eine komplexe scheiße oder hätte ich in der schule besser aufpassen müssen so 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 jetzt müsste es eigentlich aufgehen ist gut ist gut rein let's go war die erste ebene und ich war schon kurz davor weg ich hab also ich hätte irgendwann geworfen irgendwann echt ganz fest gehauen glaube ich drei drei eins zwei drei vier normalzeit hallo hörst du mich ich hör dich willst du bei mir was sprengen ich weiß wo du wohnst ich habe ich habe kein haus mehr kann ich für dich irgendwas machen und du gibst mir dafür dias was mich überlegen ich habe selber keine diamanten ne hast du gar keine ich habe gar keine aber du hast bestimmt einen einen ja was willst du mit diamanten haben was willst du was willst du damit nein ich versuche so viele diamanten wie möglich zu verdienen ohne zu farben also schmarotzen ich tue ja was dafür ja aber schwarz warte ich guck mal eben also du sagst du willst arbeiten ähm ich gebe dir das du bringst mir ich weiß jetzt nicht was human wäre ich brauch ganz viel dirt noch und noch ein bisschen ein paar blätter du brauchst dirt und blätter ja wie viel das ist schon eine menge wenn du schon sagst dann ist das schon eine ganz tolle menge die du jetzt gerade von mir bekommen hast aber ich war halt schockiert weil du hast gesagt du brauchst nix weil ich dachte vielleicht bringst du mich um wenn ich sage ich habe gerade so viel in der tasche was denkst du von mir du denkst voll ich bin von der hurensohn ja nee das nicht hast du jetzt äh nee nee tatsächlich nicht ich dachte du wolltest wirklich irgendwie trollen weil du bist ja ein number one troller mittlerweile hier man munkelt immer so man hört dich okay ich möchte zwei schalker dirt und eine schalker blätter eichenblätter zwei schalker dirt und eine schalker blätter ja ja ist jetzt nicht zu viel ja ja perfekt ich bin hier ne ne okay viel erfolg nee ich brauchte nicht ausziehen der soll mich einfach in ruhe lassen hat mich in meinem flow gestört jetzt bin ich wieder bei null deswegen wollte ich einfach nur loswerden jetzt habe ich alles wieder vergessen ich will nicht heute ehrlich nicht mehr echt sollte ich das heute ich sage euch ganz ehrlich wenn ich wenn das jetzt bis zu also wirklich bis zum ausrasser ist war das ich schwöre so weit ich sitze war das mit kraft attack für mich wirklich das so ich schwöre so weit ich hier sitze aber da habe ich keinen bock mehr dann ist vorbei das meine ich wirklich todernst sollte ich noch einmal ausrasten wie vorhin wegen dem verdreckskreis da muss auch fluchen also juckt mich nicht dann bin ich raus dann ist kraft attack für mich vorbei habe ich wirklich keinen bock mehr drauf ich will mal einmal in meinem leben wieder was vernünftiges bauen und es funktioniert nicht zwei müssen dahin zwei es sind zwei zwei eins zwei zwei das ist schon wieder alles kaputt es ist alles kaputt es ist zwei der rave mich tut es auch also ehrlich ich schmeiß gleich hier irgendwas rum war lass mich mal kurz einmal kurz entspannen das muss jetzt mal sein und ehrlich ich schlage hier zum ersten mal in meinem leben irgendwann ein ich sag's dir kann nicht sein dass ich mich wie so ein verfeinender spiel jetzt hier aufregt das geht doch nicht ich muss nur einen kreis bauen eine kugel drei eins zwei drei eins zwei ne drei eins zwei ja genauso okay warte 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 wir sind nächste ebene wir sind ebene sieben was das denn wie sieht das jetzt aus jo alter das wird immer skurriler hier was wir hier bauen ihr habt gesagt das ist ein geiles projekt müsst ihr euch auch eine eigene nase packen ich habe gefragt sollen wir ein steampunk mega gelände bauen und da in der mitte so ein riesen baum mit zuflucht ja das hört sich gut an macht das ruhig voll geil also wir sitzen alle in einem boot okay aber es geht doch relativ zügig dann doch finde ich schon jetzt haben wir die hälfte schon fertig aber das sieht schon abgespaced aus da ich dir wird ist aber einfach für das comeback ich werde spark auf jeden fall fragen also wenn wir soweit sind ob er mit mir wieder den aufzug baut einfach für ein paar flashbacks fünf zwei 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 ne stopp fünf zwei 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 fünf zwei zwei doch gerade noch gesagt jetzt läuft es mit der geschwindigkeit da ist fach fehler gemacht fünf zwei 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 eins fünf zwei zwei eins zwei eins eins okay ist perfekt okay geschafft wir haben viertel jetzt geschafft ding 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 let's go jetzt wird es wieder groß ne guck dir das ding schon mal an alter schwede guck dir das ding an er leckt mich am arsch und das ist kein angebot jung ist das geil warte wir können ja von außen hier gucken alter sieht das heftig aus ich glaube wir sind jetzt alle durcheinander kann das sein müssten vier blöcke zu vier sein eins drei drei ja hier sind wir bei 809 jetzt schnall ich auch nichts mehr ich auch nicht ich bin jetzt komplett durch wo muss auch nicht perfekt ihr ihr versteht wenn wir jetzt so weiter bauen dann wird das am ende hin einfach nur mega scheiße wir kommen dann ja gar nicht mehr zusammen oder tut weh irgendwie alle nix so abbauen nix oder schmerzt jetzt gerade ne da kannst du mir glauben das tut jetzt weh alter schwede so viel zeit die wir jetzt investiert haben wir haben heute bis locker bis eine million gezählt hoffentlich war das jetzt richtig glaubt mir noch noch einmal abbauen vertrag ich nicht ehrlich nicht dafür bin ich nicht bereit ich sag sie wird ist am wartab mit kraftattack ich sag sie ohne scheiße war ich die spitze weil dann ist der projekt für mich durch sobald der baum steht okay da müssen wir noch dicke dekorieren aber sollte ich den baum nicht schaffen dann kannst du alles in der tonne kloppen alles falsch pass mal auf gesagt dann dann ist vorbei dann bin ich raus ich sag's euch wirklich dann meine ich nicht mal böse oder so aber dann ist vorbei dann bombe ich ja alles manchen dnt duper fahr ich einmal drüber für ein video noch und dann ist vorbei wir haben zwei uhr fucking morgens wir waren bei ebene 18 haben dann einen fehler entdeckt sind runter auf 13 um dann zu bemerken okay etwa von anfang an kacke er zieht einen runter aber wir versuchen morgen einfach noch mal hoffentlich hattest du viel spaß bei dem video auch wenn du nichts gesehen hast außer einem aggressiven sebo trotzdem gerne kommentieren liken abonnieren nicht vergessen und dann sehen uns beim nächsten video